Bei diesem Behälter mit Mähsäumen habe ich jetzt schon festgestellt, dass unten schon Verpuppte drin sind, siehst du das da, da ist ein Verpuppter und da muss ich jetzt mal reinschauen und die da rausholen, irgendwie, so das gleich extra machen. Auf jeden Fall tue ich jetzt das einfach mal auf diese Schachtel, so, die bekommen gleich ein Stück Apfel, so ein Stück Apfel habe ich in Miggi gegeben und jetzt schaue ich mal, was da so abgeht hier in der Box. Ich tue jetzt mal mit einem Löffelchen da ein bisschen rumstochern, mal gucken, was passiert, wenn ich da was sehe. Boah, krass. Seht ihr das? Seht ihr das? Hammer. Das schaut doch mal. Schau doch mal das an. Hörbelen 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 Abonniert meinen Kanal und gebt dem Video ein Like. Danke, Ciao!